ich lade nun wirklich keine videos hier hoch ich weiß ich habe das öfters schon mal angekündigt und gesagt das ist das letzte video blablabla pipapo aber jetzt ist wirklich schluss ja sonst endet das nie und mit euren mails bisweilen werdet ihr das auch nicht bewirken können dass ich dann doch mal ein video mache der krieg geht weiter mit mehr und größerer unerbitterlicher härte von meiner seite aus gegen euch alle offline real juristisch gesellschaftlich und notfalls auch privat ich bin auf alles denkbare und undenkbare was da aus eurer richtung noch kommen könnte gegen mich und mein leben und gegen das meiner mutter vorbereitet ok und wenn ihr pech habt dann liest man über einzelne oder mehrere von euch irgendwann mal in der presse etwas höchst amüsantes also hier gibt es keine weiteren videos mehr und dafür stehe ich ein mit meinem wort egal was jetzt noch offline passiert oder versucht wird von euch gegen mich auf den weg zu bringen egal ihr könnt ein wie mich nicht schrecken und nicht ins boxhorn jagen das sollte euch klar werden auch wenn ich bisweilen in einem meiner videos sehr emotional wurde und meinte hilfe bei der islamischen gemeinde suchen zu müssen und meinte meinem eigentlich mehr christlich orientierten abschwören zu müssen vergesst das alles vergesst das alles das war nur aus der stimmung heraus weil mich meine mail erreichte wo man mich und meine mutter mit dem leben bedrohte dass man uns erschießen würde wenn hier jemand schießt dann bin ich das mit den fäusten und mit meiner wehrhaftigkeit im rahmen des notwehrparagrafen dann bist du auch gleich zusammen und hast du auch mal von mirту